Und ich habe eine SMS bekommen, um die Zeit. Und die Messages von meiner Freundin. Ja. Magst du uns Messages von meiner Freundin vorlesen? Nein, nur das sind Privat-Messages, die werde ich euch bestimmt nicht vorlesen. Besonders, weil es sehr heitig ist, das Thema, was sie gerade schreibt. Deswegen werde ich da überhaupt nichts ohne sagen. Und ich werde einfach nur sagen, Leute, mach doch endlich mal Go. Ich möchte hier endlich mal was sehen. Und nebenbei mache ich so eine Antwort für meine Freundin verfassen. Und wegen hier, hast du dich nicht verarschen. Und vor allem, wenn du dich dann reißt. Genau so. Und... Frauen lassen sich ja gerne verarschen. Und besonders von Männern, die höchst attraktiv sind. Immer dasselbe. Immer dasselbe. Immer dasselbe. Immer dasselbe. So. Ähm... Debbie... Debbie... Go. Ja, wir warten auch noch auf den Ready von Jared. Und dann können wir auch sofort loslegen. Da ist es. Was ist das denn? Da freue ich mich alle auf. Auch wenn wir immer noch keinen Sack gesehen haben. Ja. Traurig, aber wahr. In der Tat. Aber vielleicht sehen wir noch mal einen Sack. Und wenn... Wenn ich ganz viel Lust habe und der Wein in meinem... Beziehungsweise der Alkohol in meinem Blut ein bisschen nachgedacht habe. Vielleicht lasse ich mich da breitschlagen. Aber nur vielleicht. Ich hätte auch schon einen Gegner für dich. Oh mein Gott, wen? Ich weiß den Namen gerade nicht. Ich hatte gerade ein Profil gesehen. Das wäre entsprechend. Das wäre super. Und mich schreiben gerade auch schon zwei Leute an, dass sie Sörg sind. Die mich gerade beide schon angeschrieben haben, dass sie gerne zocken würden. Da muss jemand noch den Stream ausmachen. Ja. Das wäre vorteilhaft. Ja. Ist immer vorteilhaft. Den Stream auszumachen. Gut. Ja. Damit sind wir zurück auf... Und wir haben schon wieder Cross-Pose auf... Warum habe ich denn immer eine Close-Pose? Ich verstehe das nicht. Naja. Weil du Pech hast. Efter mal was Neues. Ja, ich habe aber wirklich... Ich habe immer Pech. Ich kann auch bei Cups mitspielen, wo ich will. Das ist scheißegal. Ich kriege grundsätzlich irgendwie entweder den Cup-Sieger oder den Zweitplatzierten oder so. Ich kriege immer irgendeinen tollen Gegner. Davon kann ich ebenfalls sein Liedchen singen. Ich wurde heute mit einem Fast-Tor-Push niedergestretzelt. Und man weiß ja bekanntlich, wie anfällig ein armer Zerg gegen diese scheiß Rampen-Tors sind. Länge sind da sehr effektiv gegen. Ja. Aber wenn du einen frühen Tor-Push hast und du hast gerade mal... Ich weiß nicht, wie viel Länge auf der Welt... Ja. 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 Das ist ein anderes Thema. Das können wir dann ja gleich nochmal gucken, wenn du spielst. Besonders Mass-Repair, ja? Mass-Repair. So. Wir haben dieses Spiel. Wir haben jetzt die Terras gegen die Protos. Und ähm... Wir haben... Nein. Ich spiele nicht. Ich mache... Nur wenn ich mich breitschlagen lasse. Das werde ich erstmal... Ja. Da arbeiten wir doch dran, dass wir dich schlagen. Also breitschlagen. Nein, ich bin zu müde. Und ich hoffe doch sehr, dass das noch dazu kommt. Nein. Ich glaube, ich bin zu müde. Wir machen dann noch die Anmerkung. Dann werde ich wahrscheinlich den Stream ausmachen, weil ich müde bin. Gut. Das ist... Das klingt nach einem Plan. Weil der Alkohol wirkt langsam, beziehungsweise wirkt langsam nicht mehr. Und macht mich sehr, sehr müde. Sondern... Sondern... Da gibt's ein Mittelgegen. Mhm. Aber das willst du nicht hören. Was denn? Weitertrinken. Nöööö, sicher nicht. Oder jetzt auch einfach mal ein Sekt. Der putzt wieder auf. Der ist gestern alles draufgegangen. Oh, ja gut. Eigentlich, was heißt ja, oh, das ist eigentlich nicht anders zu erwarten. Nein, ich habe nur noch Wein. Den habe ich geschenkt bekommen, deswegen trinke ich ihn halt. weil noch sehr viel drin ist muss ich dazu sagen aber ich habe auch endlich das vorhin bereits erwähnte Desperados endlich wieder gefunden und es ist endlich eisgekühlt und schmeckt nun wirklich gut das ist sehr schön du steckst echt an mit dem Becher das ist schlimm solange ich unsere Bücher nicht anstecke ist noch alles in Ordnung genau, kommen wir zum Game wir haben nämlich interessanterweise bei Jared einen Wallin der ja beim TvP oder eigentlich generell in jedem Matchup, wenn solange kein Zerg drin ist, sieht man ja eigentlich selten einen Wallin du klingst gerade so als würdest dich schon beömmeln du klingst gerade so als würdest du dich schon beömmeln ich beömmel mich nicht nein ich beömmel mich nicht aber ich kenne es so dass generell immer eine Wallin gespielt wird wenn man einen so einen Push zu erwarten hat natürlich ist es im Pro-Bereich natürlich etwas anders denn Pros spielen ja entschuldigung schläflich schläflich schön aus aber es wird hier glaube ich doch zwei Sachen werden jetzt produziert die werden jetzt hier schön mit Micro herausgefunden und ja ja das Force Field wo du sagst das war so schön ich weiß nicht ob das wirklich so schön war denn im Endeffekt hat es eigentlich nur ein bisschen Zeit gebracht aber ja die Zeit hat gereicht nicht ganz nicht ganz die Stalker sind schon wieder down der Cooldown läuft noch bis er die nächsten rein warpen kann und in der Zeit geht es hier auf die Pylons ja aber der erste Molte ist auf dem Weg und ähm ja ja das sollte auf jeden Fall jetzt reichen um den Push abzuwerden vor allem weil die Marauder nur sehr sehr spärlich nachkommen und auch die Marines die gerade unterwegs sind ja Jared zieht sich zurück ja es ist auch ein sehr langer Laufweg hier also da kann man nicht so einfach Druck aufrecht halten und schon nicht effektiven Druck aufrecht halten und hier kommt ein Warp Prisma also ich denke mal da will jemand ähm den Terra ein bisschen ärgern und das wird ihm glaube ich gelingen der Molin auch noch auf Mann wie unprofessionell jetzt sollte er den Molin wieder schließen und ich werde glaube ich kurz mal das Fenster aufmachen damit mein Gehirn wieder Luft trägt und die Müdigkeit weich das führt nach einem nach einem durchaus akzeptablen Plan ja so Hirn und Sauerstoff ist immer eine tolle Kombination mhm und hier kommt jetzt ein oh cool ein Gainer ja ein Star-Port wollte ich eigentlich sagen ja viel interessanter ist aber dass Nobody anscheinend gerade ein bisschen Druck machen will und pushen will ja hier ist ein Warp Endpilot ist auch bereits im Bau ist gleich ready damit können die nächsten Units rein gewarpt werden und das Warp Prism wo ist das eigentlich wo ist das Warp Prism das steht da unten das steht da unten ist voll beladen mit einem Immortal und zwei Stalkern fliegt jetzt Richtung Bekolein Danke das hab ich gesucht ja da ist es und ähm wird jetzt hier vielleicht ein Zungen troppen vorne ein Clash zieht die Einheiten raus und wird jetzt wahrscheinlich hier den das Warp Prism entladen und dann auch schön rein warpen oh NEIN das geht da auch noch NEIN 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 das überlebte das überlebte knapp aber das war verdammt knapp und das wäre ein verdammt teures Warp Prism geworden ja während Jared mit seiner Fabrik ein bisschen Staudenpferd fliegt jo er braucht sie nicht mehr und deswegen ich könnte das Warp Prism jetzt aufklappen und rein warpen was aber nicht so der wird jetzt die Destructive Rocks kaputt machen und sich dann auch so schnell wie möglich wieder aus dem Staub machen er macht sich jetzt schon auf dem Staub die neue Echse von Jared ist mittlerweile auch fertig fliegt jetzt zu ihrem Bestimmungsort das Slide kommt und der Wallen ist nicht dicht das macht aber nichts und dann er braucht die nicht wirklich denn die Verengung reicht ihm denk ich mal völlig und da kommt die Fabrik und wird hier schön von den Stalkern erschossen die natürlich verhindern wollen dass er hier genug Scouting-Informationen mitkriegt um zu wissen was der Gegner macht und da fällt die Fabrik auch aber er hat genug gesehen er scheint um diesen Go hier zu machen den Jared jetzt hier anzettelt er hat auf jeden Fall gesehen dass Nobody nicht allzu viel hat und dass er es damit durchaus aufnehmen kann mit seinem Marine Marauder ich bin gespannt hier an Nobody Warp weiter Stalker rein nächste Colossi ist auch im Bau gut die Echse klar hat er noch rechtzeitig abbrechen können konnte er sich jetzt auch knicken die wäre auf jeden Fall wieder weg gewesen ja der sollte sich aber auch auf jeden Fall noch Zeit verschaffen können der hat genug Centuries mit Forcefields mit genug Energie auf jeden Fall macht sich Forcefields ich verstehe gerade nicht was Jared da macht aber es ist ein Ghost ein Ghost dabei ja natürlich die EMP wird da gleich richtig dick für reduzierte Schilde sorgen ich verstehe gerade nicht was er tut ganz im Ernst nicht aber du weißt doch zwischen Wahnsinn und Brillanz liegt meistens nur ein kleiner Unterschied ja aber Nobody hat sich hier jetzt seine Einheiten nach draußen geholt und wird jetzt hier seine Eko äh Echse Echse verteidigen Hi Mensch die Luft wird knapp und ähm ja Kira ist müde Kira möchte gleich ins Bett gehen aber Kira macht das hier noch fertig und danach geht es ins Bett beziehungsweise danach gibt es noch eine Funmap und dann geht es ins Bett ja die Funmap habe ich gesagt die machen wir noch und äh ich halte meine und ich bin ganz ehrlich gespannt was du gleich nachzocken willst ja und worauf du dich schon so freust dass du selbst deine Möglichkeit dafür jetzt noch verdrängst ja 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 ach ich hab Angst warum und Jared baut weiter SUVs und äh schickt sie aber nicht wie man jetzt erwarten würde in seine Ecoline sondern schickt sie zu seiner Ami und und er hat ähm die nächste Exe anbauen gut jetzt hat er das gemerkt er schickt sie doch in die Ecoline und er hat die nächste Exe anbauen das äh sollte er auch tun denn er hat seine Exe bereits gerade mit massive SUVs überflutet und er hat ähm er wird gleich denke ich mal merken dass hier der Gegner durch die Destructible Rocks versucht einen Go zu machen denn er hat hier diese Destructible Rocks kaputt gemacht und geht jetzt hier durch die Ähm Echse Smiley Echse ich nenn sie einfach Smiley Echse weil sie auszieht wie ein Smiley ähm und geht jetzt hier rein und wird der Go neben mir der hier jetzt geplant wurde von Jeremy äh und Jeremy der musste zurückziehen denn er hat gesehen dass hier die Stalker reinkamen und machen hier jetzt hier schon ein paar schönes Pfeil den Brusten das heißt er ist erst mal so Pfeilock und kann erst mal gar nichts machen er entscheidet sich jetzt doch für den Gegen-Go obwohl hier die Einheiten hinter seiner Base so viel Damage machen und ich denke mal das würde er auf jeden Fall der Schatten und dann nimmt auch so gut wie sämtliche SDVs mit ja das ist einfach nur in dem will also jetzt definitiv Finish machen ja das ist auf jeden Fall das wird auf nem Base-Trailchen auslaufen